Wir stehen jetzt gerade auf einem Grillplatz. Eine bessere Aussicht kann man eigentlich gar nicht haben. Das ist der Weg zu dem wunderschönen Grillplatz mit der fantastischen Aussicht. Eigentlich macht man ja keine Videos über Toiletten, aber von diesem Grillplatz muss ich es einfach mal zeigen. Schon von außen total urisch. Absolut sauber. Also ehrlich gesagt, da macht es Spaß auf Toilette zu gehen. Und da geht es dann wieder hoch. 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 Und da geht es dann weiter hoch. Untertitelung des ZDF, 2020